Wie gesagt haben wir Alpapso, können wir zuerst geissen, dann kommt der Herd mit der Schelle und der Dreichel. Das ist der Stolz vom Herd, die die meisten Wildküren haben, die die meisten Gefolgen haben für Kühe. Das sind die Leitkühe, wie man sagt, und letztendlich kommen die Bauern, die Kühe mit der Luft. Und ihr habt Glück, wenn es 5, 5 Grad unter 0 hätte, hätte ich es nicht machen können. Und um 0 Grad geht es, weil die Glocken sind ja gegossen, Kupfer und Sinn. Und wenn es zu kalt ist, ist die Spannung zu gross, sind wir also schon zwei Glocken kaputtgegangen. Gut, dann würde ich Ihnen das vorführen. Anschliessend ist der Laden auf, gerade hinteren, links auf. Das ist der Laden auf. Das ist der Laden auf. Das ist der Laden auf. Vielen Dank. Schnieder. Das ist der Laden auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus